Herzlich Willkommen bei EUROTRACK 2 mit dem Fabio und mit dem Mr. Gamezucker Jawoll, weiter geht's Die Strecke geht weiter Letztmal haben wir ja noch den Dunk und gleich bezahlen wir es auch oder quasi der Anarbeitsgeber, wie der hier ist, zeigt Lassen wir den noch raus Jo, weiter geht's So, mal sehen Wie die Videos ankommen Hey Goat yourself Look, mein Spider weil dieses Lied, wo ein bisschen laut ist, war, denke ich jedenfalls. Das hört sich gut an. Da haben wir so einen Schleißer vor uns. Obwohl der fährt eigentlich schon ordentlich gemäß ist. Schleine. Hmm, sagen wir mal 16. Oh, ich weiß nicht. Sehr wenig alt. Genau ein bisschen. Auto. Schön konzentrieren, dass wir nicht hinten drauf fahren. Der kommt aus Frankfurt. Nee, sogar. F wie Frankfurt. Möchte es sein, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich gerade gesagt habe, wenn ich den nicht gehört habe. Ja. Hehehe. Könnten das für Auto machen sein? Hmm. Rwww. Wer ist es Argen? Wir können ja was hinschreiben hier. Hehehe. Was ihr denkt, was für eine Automarkt davon auf dem Trailer drauf... ... ist. Pferd 55 wahrscheinlich, hä? Ja. 55 oder 56 Pferd. Der Geräte da vorne. Jedenfalls weniger als 60. Gibt da wieder Gummi. Ja. Tempomod noch rechts. Das kann jetzt anbestimmen. Hallo. Der Tempomod nimmer oder was? Untergeschaltet. Na ja, Joyce und Bär, der ist gewesen. Nein. Nein. No. So. Wenn wir schon schauen. Und ein bisschen hier. Gegen bisschen schauen, wie so. Wir müssen gleich abbiegen, rechts abbiegen. Ja. 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 Ich weiß nicht. Ich hab nur gesagt, dass ich gerade so noch um die Kurve gekommen bin. Ja. 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 Erneutag gleich mal runden werden. Uuck. ... 60 glaubt 60 behalten 63 schau rüber so so fruchtig noch grün komm 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 oh yeah das war knapp und ist der Opel hier oh laufen sie nicht dann mal lieber Mario rückwärts ein Stück okay da war ein Auto hinter uns den ersten Umfall mit euch leipzig okay ist er auf einem Halt in Leipzig helden und wie wir mal jetzt dann ankommen das seht ihr beim nächsten Mal also tschüss bis zum nächsten Mal auch noch ein jo Däumchen ist vergessen und noch ein dickes Ass5 bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal